Die Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, kurz IEF, befindet sich in der Hansestadt Rostock an der Ostsee und gehört zur drittältesten Universität Deutschlands. Hier wird in mehreren Stadtteilen gelehrt und gelernt. Vom Ortsteil Warnemünde, direkt an der Ostsee, bis zum wachsenden Campus in der Südstadt. Im Sommer 2011 hier neu übergeben, moderne Gebäude der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik. Wir sind sehr froh, dass das Institut für Informatik über eine ausgezeichnete Infrastruktur verfügt. So haben wir eine Breitband-Internet-Anbindung, die für Mitarbeiter und Studierende ausgezeichnete Arbeitsbedingungen darstellt. Wir besitzen einen Hochleistungsrechner, der auch für Experimente zur Verfügung steht. Zusätzlich haben wir natürlich Standardlabors für Studierende, aber auch Speziallabor für Forschungsprojekte. Sie studieren hier in überschaubaren Gruppen und erfahren individuelle Betreuung, gerade in schwierigen Situationen. Zum Beispiel durch Sondertutorien oder Mentoring. Denn der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. An der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik werden vier Fachbereiche unterrichtet. Seit 1992 widmet sich der Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik der Datenverarbeitung und vermittelt ein tieferes Verständnis von technischen sowie betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Wirtschaftsinformatiker haben eine besondere Qualifikation, die man auch Doppelqualifikation nennen kann. Es sind ja Bestandteile der Informatik in so einer Wirtschaftsinformatik-Ausbildung und Bestandteile der Betriebswirtschaftslehre. Damit kann man sehr gut verstehen, wie Unternehmen funktionieren und welche Arten von informationstechnischen Lösungen sie brauchen. Und man hat auch das technische Verständnis, was eigentlich möglich ist. Die Informatik hat sich in den letzten Jahren von einer reinen Computerwissenschaft, in der die Hardware im Vordergrund stand, zu einer Informationswissenschaft entwickelt, bei der das Modellieren und Abstrahieren von konkreten Prozessen der Realität eine entscheidende Rolle spielt. Ziel des Wirtschaftsinformatikstudiums ist es, ein sehr breites Fachwissen zu vermitteln, welches sich von der Planung und Umsetzung von Projekten bis zur Erstellung und Verwaltung ganzer Unternehmensarchitekturen erstreckt. Studierende erhalten ebenfalls Kenntnisse aus den Fachgebieten der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsrecht und Mathematik. Neben Projekten, praxisbezogenen Hausarbeiten und einem Berufspraktikum werden die Studierenden auch im Bereich der Präsentationstechnik ausgebildet. Den Bedarf an Wirtschaftsinformatikern, den die Industrie hat, scheinen wir relativ gut zu treffen mit unserer Ausbildung. Unsere Absolventen haben in der Regel kein Problem, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Die Nachfrage geht aber immer früher los. Häufig werden die Studierenden in den ersten Semestern schon als studentische Mitarbeiter eingestellt und dann in Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten in Unternehmen eingebunden. Der Studiengang ist an die internationalen Standards angelehnt und bietet interessante Austauschmöglichkeiten auf Bachelor- und Masterniveau. Hallo, ich heiße Senay und komme aus der Türkei. Ich studiere Wirtschaftsinformatik. Ich habe meinen Erasmus-Austausch an Informatik- und Elektrotechnikfakultät abgeschlossen. Ich habe gute Erfahrungen an Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik gemacht. Deshalb schlage ich Uni Rostock vor, weil die Leute hier hilfreich sind. Man kann mit den Professoren und Dozenten leicht kommunizieren. Man kann auch hier ihr Deutsch verbessern, weil es ein bereites Angebot an Sprachkursen gibt. Es gibt viele Aktivitäten, um die neuen Studenten kennenzulernen. Ich glaube, das ist die spannende Möglichkeit, oder? Der Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik richtet seine Forschung auf zwei Schwerpunkte aus. Aus Forschungssicht konzentrieren wir uns in der Wirtschaftsinformatik auf das Thema Unternehmens- und Wissensmodellierung. Die Unternehmensmodellierung zielt darauf ab, dass man die Prozesse und Strukturen in Unternehmen versteht. Also wie sind die organisiert, welche Abläufe sind dort. Forschungsseitig ist da wichtig, Notationen, also Modellierungssprachen zu entwickeln, Vorgehensweisen zu entwickeln, wie man solche Modellierungen macht und dann auch Best Practices zu entwickeln, die eingesetzt werden können. Unternehmensmodellierung ohne Unternehmen ist natürlich ziemlich langweilig, von daher ist da immer ein klarer Praxisbezug gegeben, den wir in der Forschung brauchen. Wir brauchen dort angewandte Forschung. Um diesen Praxisbezug zu gewährleisten, kooperiert der Lehrstuhl mit mehr als 15 industriellen Partnern und elf Hochschulen im In- und Ausland. Wir arbeiten schon seit ein paar Jahren erfolgreich und gut mit der Rostocker Wirtschaftsinformatik von Professor Kurz-Handgul zusammen. Gemeinsam haben wir Projekte und Publikationen auf den Weg gebracht und wir treffen uns natürlich auch in der Organisation von Konferenzen. Wir haben mannigfaltige Kooperationen mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Das beginnt bei den Praktika, die Studenten bei uns an der SIV AG machen, über Bachelorarbeiten bis hin zu gemeinsamen Projekten, sowohl auf Landesebene als auch auf EU-Ebene. Die Wirtschaftsinformatik ist ein unheimlich spannendes Fach, weil es gerade so diese Kombination zwischen technologischen Innovationen und auch betrieblichen oder Geschäftsmodellinnovationen in sich hat. Internet of Things, neue Interaktionsgeräte, Cloud Computing und vieles mehr. Das muss ja aus betrieblicher Sicht bewertet werden, welchen Nutzen es eigentlich im Unternehmen macht und welche Geschäftsmodelle damit umgesetzt werden können. Und genau das ist ein Thema der Wirtschaftsinformatik. Andererseits hat man natürlich durch viele von diesen Innovationen auch die Möglichkeit, ganz anders zu denken, Unternehmen anders zu organisieren, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Von daher Wirtschaftsinformatik finde ich ein total spannendes Thema. Vielen Dank.